ja natürlich ja ist okay noch ein hp hellige scheiße und ich stand im medi drin meine granate hat das getroffen aber gestorben ist keiner von denen weiß was ich jetzt mache wir sind auch am dach ich war auf dem dach der typ braucht echt überall auf den habe ich so ich habe auch noch ein schönes gerät dabei aufzug aufzug ich habe mit wärmebildkamera alter mit wärmebildkamera hier will einer hoch hier will einer hoch leiter hoch aber ich habe ihn runter geschossen aber der ist nicht tot er ist runter gesprungen weil er gemerkt hat dass ich weiß wo es was auch der kommt jetzt zur leitung er kommt zur leitung so macht man das da steht noch einer da steht hübsch wieder wird aber nicht hübsch tot toti toti ja oh man da wo du stehst ist geil wo ich geile position aufzug aufzug ist aber anscheinend niemand drin ich habe den hoch geholt gut wenn du sonst nichts zu tun hast warte ich drück wieder ja müssen du schnell genug da weg sein ja da hinten sind die ich habe kein gutes gefühl hier mach hier oh ja tschüss kann man nimmstens das glasdach kaputt schießen kann man nimmstens das glasdach kaputt schießen die schlappschwänze gewinnen trotzdem immer ey wo war der denn jetzt das bei mir ja unter mir ach da unten ja hübschi mhm bestimmt richtig der hässliche so letzte runde dann jetzt danach ich verstehe das nicht dass die immer gewinnen alter wir sind da gar nicht so schlecht ne sind wir auch nicht so wenn ich mir mein kd angucke schlecht ist das auf gar keinen fall hübschi mein kd sehe ich im moment nicht ja 7 zu 14 minus 7 haha der ist schlecht also ich feier das spiel leute ich feier das ja guck mal hier ist ein tomtatz das Unternehmen ist ein tom cat mhm 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 wollt, dass wir das auch öfters spielen, dann müsst ihr, obwohl ihr übelst in die Tasche greifen und uns das kaufen. Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall noch nicht holen, weil das ist, 80 Euro sind mir einfach Leute, sorry Leute, da könnt ihr jetzt gerne wieder sagen oder rummeckern, der hat bestimmt kein Geld, aber 80 Euro sind mir für ein Scheißspiel, für einen vollen Umfang einfach zu viel. Anstatt die Spieleindustrie mal sagt, komm, wir werden günstiger. Nö, die haben die Preise noch hoch, die sind dumm. Xbox One und PS4 Spiele ab 100 Euro. Ach, ihr habt's doch noch nicht mehr alle, ey. Ja. Ganz ehrlich. Halt doch keine 100 Euro für ein Scheißspiel, mann, dafür hat man früher ein Gameboy-Mitspiel bekommen. Eigentlich eine Freikart, ne? Ja. Hochabpreise sind das. Genau deswegen stelle ich mich dagegen und sage, nö, mach ich nicht. Das einzig das Beste, was du machen kannst. Oh Scheiße, was ist das denn für eine Waffe? Thomas? Hm? Guck mal, ich schieß mal eben, ne? Ach so. Wo bist du? Alter, hinter dir. Was ist das? Das ist die Iron-Fest. Wo ist die weg? Was ist das für ein Ding? Die lag da in der Mitte rum. Recon oder was? Was ist Recon eigentlich? Ach, der ist der Scharfschätze. Ja, ich bin wieder tot. Ach, hübsch, die hab ich getötet. Heslon, Heslon, Heslon. Oh, Waffe ist weg. Okay. Alter, der vor T, vor der da da, der ist gar nicht so übel, der Typ. Die sind gut, ja. 17 Schuss reichen die, ja. Irgendwas piept hier. Ja. Und eben wer sniped hier. Der Penner. Hab wieder hübschig gekillt. Heslon. Die, der hässlige, das hässlige. Ach, jetzt ist die Waffe nochmal weg, oder was? Alter, der ist geil. Und der hat eine Reaktion, ey. Unglaublich. Wer? Toncat? Ne. Der andere. Alter, das gibt's doch nicht. Ich hab voller Lotte drauf mit der MG, aber nix ist das, das juckt ihm gar nicht. Der kommt jetzt hier gleich hoch, glaub ich, Freddy. Ein scheiß Dreck kommt der. Oh, Service da hab ich. 5000 Punkte, oder? Ne, 2000 sind's. Na, Beta 2000, okay. Was denn? Keine Ahnung. Der Service da. Ich hab 100 Kills, 200 Kills, keine Ahnung. Ist mir egal. Hauptsache Punkte, Alter. Ja, hübsch die schon wieder, Aslan. Deine Mutter ist so hässlich, dass sie schon wieder hübsch ist, weil die Hässlichkeit ihre hübsch... Hübscheid, ja, ne. Ne, ist klar. Hübscheid oder steigungs, ne. Deutsch war noch nicht deine Stärke, ne? Ne. Hab auch gar keinen Bock mehr, was zu sagen. Ja, geht mir genauso, ich find das ist übelst packend, diese scheiß Spiele. Wer hat dich, warum... Wer hat dich wo umgenietet? Warum haben die Leute dann alle nur noch einen HP? Weil die Behinderte... ...Purhand sind. Oh ja, spawnt doch da bitte alle bei ihm. Nein, du killst mich nicht. Ich könnte ein Medikind gebrauchen. Ich könnte Munition gebrauchen. Wo bist du denn? Schieb's den in den Arsch. Dankeschön. Ja, schieb's den nochmal in den Arsch. Ach komm, leg mich doch. Wer ballert denn da? Er hat zwar riskant, aber ich habe es überlegt. Ich wollte nachladen. Jetzt wird, kommt der Pistol DJ. Pistol DJ. Kill Nummer 1. Da unten ist einer drin. Oh, schön. Ja komm. Weiße Pistol leer geschossen. Typ 88 LM, fuck you. Ich hab dich... Fuck. Ich hab dich gerecht. Hehehehe, ich will nicht mehr. Oh. Alter bitte, bitte echt die letzte Runde. Ich hab keinen Bock mehr. Der schickt mir einen, ein Ü-Ei. Oh, nett. Frag hier mal, ob er mir auch einen schicken kann. Schinken kann, ja. Schinken. Hehehe, schinken. Du schlopper. Wow. Alter, ich könnte so leicht ein Medikit gebrauen. Ich könnte supporten hier. Ja, ich bin hoch. Ich schmeiß dir eins in die Mitte. Ich schmeiß mir eins in die Fresse, man. Aber richtig quer. Oh je. Oh, ich wehe. Ohne Scheiß. Wehe, wenn meine Scheiß-Pommes gleich kalt sind, dann fick ich euch. Ich hab nichts Schlimmeres als Scheiß-Kalte-Pommes, man. Hast du das gesehen? Ich wollte gerade akzeptieren, wie der Tod. Boah. What the fuck? Womit schießt der? Warte, was denn? What the fuck? Merk's schon. Ojo, 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 ojo. Hey, du Wichser. Ich hab die Waffe noch durch die Tür lang sehen. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Wie geil ist der Blöd. Öff mir umarsch. Alles klar, er steht auf einmal auf dem Dach, außen nichts. Leute, das war geil. Das war jetzt gerade richtig episch. Ah, ich hab den Bug mit dem Spawn. Alter, die stehen genau vor dem Aufzug, die Wichser. Nein, verpiss dich. Pisst du dich, Mann? Gut, dann nehmen wir jetzt aus und den Treppenweg, ne? Kein Problem. Okay, komm. Seh sie nicht, du musst dir, da kommst du nicht hoch. Das geht nicht. Esslon. Esslon holt wieder, Karte, Map. Alter. Oh, Scheiße. Boah, der Hässlige hat mich. Ich wollte mich gerade messern, aber... Richtig, der Hässlige, richtig, der Hässlige. Der Hübschi. Der Hübschi. Leute, solche Leute hat man früher bei mir zur Schulzeit sowas von in den Arsch gefistet. Gefistet, fiste dich, fiste dich. Aber man kann wirklich nicht mehr allzu viel sagen, weil man ist ja schon ein bisschen... ...implementiert. Ich weiß auch gar nicht, was das Wort bedeutet, aber ich wollte es mal sagen. Ist das überhaupt richtig in der Situation? Mann, 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 Mann. Wer ist im Verräterteam? Äh, Mandrax. Der ist jetzt im Gegnerteam. Mandrax! Wenn er das hieß, ne? Das war's für dich. Jetzt ist es vorbei. Ich deabonier dich. Ach nee, du deabonnierst ja mich. Häh, 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 Häh. Wentz. Headshot, Mann. Headshot, mania. Das war Mandrax. Ja, wo schießt du denn, Freddy, Alter? Einfach mal streuen. Achso, ja. Vielleicht trifft man ja mal was, ne? Ja. Egal. Gute Strategie fürs Spielen, ohne Witz. Und weißt, was das schön ist? Ich darf jetzt immer einmal Escape drücken. ja das hatte ich auch schon ein paar mal übertreiben oder was kennt ihr kennt wisst ihr was ich mir gleich über die pommes trauer kennt ihr diese scheiße in der pulver doch ganz ja klar das habe ich ja also nicht aus köln chorweiler aber ich habe das aus oberhausen stehen wer hätte es gedacht mann 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 ja und muss man wieder escape drücken wachen verstehe ich auch weiß ganz genau was die davon sich geben hab dich auch da ist der typ geil was ist grad schwul geworden er hat eine reaktion das muss ich mir sorgen machen um meine antwort ist auch eine antwort leute also bist du bescheid das war ja leck mich doch an am pissen nirgenden hier verdammten nirgenden da jetzt hat er doch mal die fresse da wirklich wahr tut ich glaube der ist schon tot let's go da kommt ein gegner und granate alter was hab ich denn jetzt multi kill ich hab sogar multi ich hab ne sniper mit meter anzeige und alles ach was echt ja sicher ja die branche jetzt fahren denn auch ja gerade auf der großen map ne bringt ihr voll viel ohne scheiß richtig gut hätte ich mir auch genommen wenn ich die möglichkeit gehabt hätte nicht was ist denn für ein krankes teil da hat mich einer mit nur erwischt und war was schönes drin ja der tod der sichere dort war es das fünfte die deine überraschung bekommen wenn du mein überwicht mit einer ladung sperma dann weiß das der falsche aber leute so langsam geht mein geht mein niveau wieder nach unten auch ich habe hübschi in den kopf geschossen hübschi ist runtergefallen hübschi ist runtergefallen ja und du bist aber da auch schön tot gewesen dann ne da waren drei gegner zu viel ja ich war genau hinter dir ja ich hab's gemerkt lalala und das ist so schwul ich hab bock auf pommes beeilt euch mal kann die runde mal schnell vorbei sein ich will meine pommes essen ich hab so bock jetzt mir übelst das scheiß dönerpulver dazu streuen ich hab grad was anderes gedacht aber ist okay alter der mann 3 darf ich euch darf ich euch mal eine fucking reale story erzählen die das ist mir peinlich aber ich erzähle euch das trotzdem pass auf dieses döner ich hab's geschrieben ich hab's geschrieben wir haben ein paar banken ich hab's geleitet für mich euch das begrenter ich hab es gesagt ich hab es geschrieben ich hab's geschrieben ich hab ich dir schon mal das ist mir ich hab sie ich hab sie Vielen Dank.